Dass es sich beim Geschäftsmodell Agentur um den größten Trends der letzten Jahre handelt, ist unbestritten. Denn ein Agenturangebot ist eigentlich unschlagbar, denn es nimmt dem Kunden die gesamte Arbeit ab. Doch wie überall gibt es auch hier Tücken und Fallen. Und sicherlich kennst du sie bereits. Die fehlende Planbarkeit, die Unsicherheit, das Hinterherrennen hinter dem Kunden. Die vielen Sonderwünsche, die mühselige Kundenakquise, die schlechtlaufenden Werbeanzeigen, die fehlende Sichtbarkeit, die harte Arbeit und am Ende natürlich der große Frust, wenn es nicht klappt. Das Gefühl sagt einem einfach, da muss noch mehr gehen. Und dieses Gefühl ist gerechtfertigt. Denn wenn du alles richtig machen würdest oder zumindest sehr viel richtig machen würdest, dann ist das Agenturgeschäft wirklich genial. Denn dann könntest du dich als absoluter Experte in deinem Markt positionieren. Du könntest die Preise verlangen, die du willst. Du könntest dir deine Kunden aussuchen. Du könntest deine Vertragskonditionen diktieren. Und 30.000 bis 100.000 Euro pro Auftrag wären dann absolut kein Problem. Du könntest deine Agentur so strukturieren, dass die Arbeitsschritte und die Prozesse bei jedem Kunden sehr ähnlich sind und damit sehr einfach und ohne hohen Aufwand auf hohe 5-stellige oder sogar 6-stellige Monatsumsätze skalieren. Um es kurz zu machen, das Agenturgeschäft hat ein gigantisches Potenzial. Und mit der richtigen Positionierung, den richtigen Preisstrategien und den richtigen Prozessen läuft auch deine Agentur wie am Fließband. Mein Appell an dich lautet, fang endlich damit an, dieses Potenzial auch voll auszunutzen. Und wie das Ganze funktioniert, das erfährst du in meinem neuen Buch. Hallo, ich bin Andreas Baulig und als Gründer und Geschäftsführer von Baulig Consulting habe ich mein Geschäft innerhalb kürzester Zeit auf Millionen Umsätze skaliert. Laut Focus Business und Statista ist Baulig Consulting die schnellstwachsendste Unternehmensberatung in ganz Deutschland. Wir haben über 60 Mitarbeiter ein 2.200 Quadratmeter Büro in Koblenz und konnten in 2021 über 26 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne den Erfolg unserer Kunden. Genauer gesagt auch den Erfolg unserer Agenturkunden. Denn wir haben in den letzten Jahren über 950 Agenturen auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet. In fast allen Agenturnischen sind Baulig Kunden heute wirklich Marktführer. Und Dutzende und Dutzende von ihnen erzielen Monatsumsätze zwischen 250.000 Euro bis 500.000 Euro. Und es ist der Erfolg dieser Kunden, der mich dazu legitimiert hat, dieses neue Buch hier zu schreiben. Preisstrategien für Agenturen. Ich habe mir beim Schreiben dieses Buches Mühe gegeben, all mein Wissen möglichst komprimiert und leicht verständlich zu präsentieren. Vor allem ging es mir darum, Inhalte dir zu zeigen, die du sofort umsetzen kannst. Preisstrategien für Agenturen bringt dir in praktischen Anleitungen bei, wie du deine Preise erhöhst, bessere Kunden gewinnst und deine Umsätze steigerst. Du lernst anhand von ausführlichen Anleitungen, wie du konstant und ohne Zeit- und Geldverschwendung hochpreisige Kunden wie am Fließband gewinnst. Unsere praxiserprobten Vertriebsstrategien ermöglichen es dir, täglich neue Kundenanfragen zu generieren und bis zu 100.000 Euro pro Auftrag zu verdienen. All die vielen Fehler und Schwierigkeiten, die andere Agenturen da draußen im Markt haben, kannst du mit diesen Strategien hier vermeiden. Du musst nicht mit deinen Kunden hinterherrennen und dich in irgendwelche unvorteilhaften Verträge zwingen lassen. Stattdessen kannst du dir aussuchen, mit wem du zusammenarbeiten wirst und zu welchen Konditionen. Du wirst nie wieder in Vorleistung gehen müssen und hast auch nie wieder Cashflow-Probleme. Du musst nie wieder mit irgendwelchen schwierigen Kunden arbeiten, die dich mit Sonderwünschen quälen und stattdessen hast du kaufkräftige Unternehmer als Kunden, mit denen die Zusammenarbeit wirklich sehr einfach ist. Als Geschäftsführer musst du auch keine schlaflosen Nächte mehr durchmachen. Stattdessen hast du Planbarkeit und Sicherheit und eine Agentur, die wirklich konstant Ergebnisse liefert, auch ohne deine persönliche Anwesenheit. Du drehst den Spieß um und bist nicht mehr von deinen Kunden abhängig, sondern im Gegenteil, du machst deine Kunden von dir abhängig. Wie du all das erreichst, erkläre ich in den drei Kapiteln dieses Buches. Im ersten Kapitel, Grundlagen zu Preisstrategien, geht es um das perfekte Angebot und die dazu passende Vertragsstrategie. Du lernst, wie du Kunden langfristig an dich binden kannst und wie du mit der richtigen Preispolitik binnen weniger Wochen deine Umsätze verdoppeln kannst. Denn nur so entkommst du der konstanten Neukundenjagd und profitierst langfristig von deinen Kunden. Außerdem zeige ich dir, welche Geschäftsmodelle du als Geschäftsführer unbedingt vermeiden musst, wenn du dich langfristig aus dem Tagesgeschäft zurückziehen willst. Denn nur mit dem richtigen Geschäftsmodell lassen sich auch langfristig die Aufgaben an deinen Mitarbeiter so abgeben, dass darunter nicht die Umsätze oder die Kundenergebnisse leiden müssen. Das zweite Kapitel heißt, das perfekte Agenturmodell. Hier erkläre ich dir, wie die zwei einzig profitablen Agenturmodelle in der Praxis aussehen. Wie musst du dich positionieren? Welche vier Faktoren musst du beachten, um in wenigen Monaten auf über 100.000 Euro pro Monat zu kommen? Ich zeige dir konkrete Schritte, um mit deiner Agentur auf wahren Wohlstand und echt unternehmerische Freiheit zu kommen. Und ich zeige dir, welche weit verbreiteten Fehler bei der Angebotsgestaltung du unbedingt vermeiden musst, wenn du nie wieder in unbezahlte Vorarbeit gehen willst. Das dritte und letzte Kapitel handelt vom Big Picture im Agenturgeschäft. Hier besprechen wir Themen wie Neukundengewinnung oder Online-Werbung für deine Agentur. Du lernst, wie du genau bei deiner Zielgruppe endlich ankommst, wie du das Vertrauen deiner Kunden in deine Lösungen steigern kannst und somit konstant Neukunden gewinnst. Mit unseren Strategien kannst du 5 bis 10 qualifizierte Kundenanfragen gewinnen und das jeden Tag. Außerdem im Buch enthalten sind interessante und spannende Fallstudien unserer besten Agenturkunden sowie Hinweise und Vorlagen für deine Vertrags- und AGB-Gestaltung. Wenn du mit deiner Agentur wahren Wohlstand generieren möchtest, dann sind die Inhalte aus diesem Buch absolut unverzichtbar. Früher oder später wirst du also sowieso zwangsläufig auf diese Inhalte hier stoßen müssen. Spare dir also Monate oder vielleicht sogar Jahre im Agentur Hamsterrad und sichere dir dieses Buch hier noch heute. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, aber auch vor allem beim Umsetzen. Bis dann, dein Andreas Baulig.